Hallöchen, 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 herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen FIFA 15 und zwar werden wir Ultimate Team spielen. FIFA 15 wurde mir zur Verfügung gestellt von gamesplanet.com. Dort könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn euch das Spiel gefällt und ihr es kaufen möchtet oder wenn ihr andere Spiele kaufen möchtet. Dort gibt es viele tolle Spiele zu kaufen. Und wir haben hier, glaube ich, noch Belohnungen irgendwie, die wir irgendwie einlösen können. Aha, wir können jetzt hier Jubel kaufen. Und, äh, Bälle und Trikots und so. Aha, aber hier können wir Münzenbelohnungen kaufen, das macht schon mehr Sinn. Das kaufen wir mal. Wunderbar, mit Münzen und, ähm, FIFA Points kann man nämlich sagen. Ich weiß nicht, warum hier Croydon FC steht. Mein Verein heißt eigentlich Rainbird FC, wie ihr auch gleich sehen werdet. Ich kann nicht genau sagen, warum denn da jetzt, äh, Croydon FC steht. Da oben steht Croydon FC. Ich, ich weiß es nicht, warum. Wenn ich hier zu Mannschaften gehe, aktive Mannschaft Rainbird FC. Ich weiß nicht, warum. Und wir können uns die Mannschaft mal angucken. Da ist jetzt keiner dabei, den ich kenne. Keiner dabei, den ich kenne. Bermann, Ackens, Canales, Keita, Kaiho, Ferguson kenne ich schon als Trainer. Ja, Reserve, Pachonik, Knowles, Sprenger, Moreno. Das sind halt alles nicht so die tollen Spieler, äh, wo wir hier gestartet haben. Hier haben wir irgendeinen Müller vom SV Sandhausen. Da haben wir einen Lönig von Erzgebirge Aue. VfL Aalen. Wir sind also eher so dritte Liga hier. Aber wir haben ja, wir können ja erstmal, ähm, erstmal können wir Spieler leihen. Einige Spieler haben angefragt. Wen können wir denn leihen? Wir können Ibrahimovic leihen. Hahaha. Okay, äh, ja. Wie geht das weg hier? Hört ihr den Kommentator? Ich hab den mal ganz leise angelassen. Also wir können Ibrahimovic leihen, Penetot, Paredes und Lowe. Und Reus können wir leihen, aber nur für 6 Spiele. Und Bale auch, geil. Leno! Ah, den wollte ich sowieso haben. Ich möchte mir so ein kleines Leverkusen-Team aufbauen, wenn es denn hinhaut. Er zieht die Tore, 6,9 Millionen Tore. Hahaha. Äh, kostet das denn was? Ne, wir leihen den jetzt. Wir leihen jetzt Bernd Leno. Genau, der ist auch direkt im Tor. Eicher wurde im Verein platziert. Wunderbar, jetzt haben wir schon mal einen guten Torwart. Sehr gut. Aber wir haben ja, erstmal haben wir noch Sets zum Einlösen. Und ich habe 2200 FIFA Points. Da werden wir gleich auch nochmal ein paar Sets kaufen. Wir haben hier ein Belohnungsset. Was wir mal aufmachen. Und schauen, was wir dort in diesem Set finden werden. Vielleicht neue Spieler. Ingelsten, den kenne ich nicht. Baran. Hier kannst du sagen, du musst sie sortieren, bevor es mit ihm weitergeht. Zugriff, eine aktive Mannschaft. Transferliste. Verein. Nein, okay. Hier sind Baran, Claven, Norgard, Jakobsen. Keine Lade. Kenne ich alle nicht. Das ist alles kein Spieler, den ich kenne. Der ist relativ schnell. Den können wir mal, hier schicken wir den in den Verein so. Ja, ja, okay. Gut, habe ich verstanden. Der ist auch schnell hier, der Hoskins. Den machen wir auch mal in den Verein. Und der hier vor allen Dingen, Ingelsten. Was ist das, ein Stürmer? Ein 80er Tempo ist, glaube ich, schon nicht so schlecht. Das machen wir mal. Und ich glaube, den Rest verkaufen wir für 211 Münzen. So, wir haben noch ein Gold Set, was wir auch machen können. Da bin ich ja mal gespannt. Vielleicht haben wir den Mega-Kracher-Knaller-Spieler da drin. Wer weiß? John Terry. Ja, sehr geil. Und Abraham kenne ich nicht. Ogbona, Fernando. Ach, das ist, glaube ich, ein Manager. Hier haben wir noch Spielerverträge. Und Fitness- und Trainingskarten. Ich würde sagen, den Terry packen wir auf jeden Fall mal in den Verein. Oder kann ich den direkt ins aktive Team schicken, irgendwie? Dann schicken wir den an den Verein. Den auch. Ogbona. Kenne ich nicht. Den tun wir auch in den Verein. Die auch. Die ganzen Vertragskarten und so. Ich habe ein bisschen bei Tobi Nator geguckt. Vertragskarten und Trainingskarten sind immer nicht verkehrt. Fernando. Wer ist denn das? Kenne ich gar nicht. Ich glaube, die verkaufen wir. So, und dann gucken wir doch mal. Wir verstärken unsere Mannschaft so langsam. Wir nehmen mal hier ein Premium-Gold-Set. Wir kaufen mal so zwei, drei. Ja. Ich würde jetzt gerne ein Set kaufen. Okay. Dann können wir das nicht. Dann spielen wir erstmal die erste Runde. Aber dann leihen wir die Spieler nochmal aus. Wir leihen nochmal alle anderen aus, die wir haben. Ach, wir konnten nur einen ausleihen. Okay. So, aktuelle Vereinsname ist nicht Croydon FC. Vereinsname ändern. Ja. Möchte ich gerne tun. Der soll nämlich heißen. Das hatte ich aber auch schon eingegeben. Nicht AIMBIRD, sondern RAINBIRD FC. In der Abkürzung ist RFC. Vereinsname bestätigen. Ja, ich bin mit dem Vereinsnamen zufrieden. So, beschreibt ein Saisonspiel. Das machen wir gleich. Transfermarkt. Okay. Ah, es steht da oben RAINBIRD FC. Das ist sehr schön. So sollte es sein. So, und dann würde ich sagen, stürzen wir uns mal in das erste Spiel der Online-Season. Ich hoffe, mein Rechner ist schnell genug. Wir schauen uns aber schnell mal den Verein an. Leno haben wir im Tor. Das ist gut. Ja, dann legen wir mal los und schauen mal, wie wir uns so schlagen. Dann muss ich also erstmal einstellen, dass ich, okay, dass ich da die Dinger kaufen kann. Deine Mannschaft ist spielbereit. Möchte ich vorfahren? Warte mal. Nein, wir müssen die Aufstellung noch bearbeiten. Wir haben ja noch, wo haben wir denn jetzt? Wir hatten doch John Terry. Warte mal, muss ich mal zurückgehen? Dann muss ich wahrscheinlich erstmal hier so in die Mannschaft. Wo ist denn John Terry hatten wir doch an die Mannschaft geschickt. Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin, meine Teams? Das ist ein Team der Woche, Startpokal. Spielen, Team der Woche, Mannschaften. Mein Verein, vielleicht kommen wir da hin. Da, John Terry. Aktion. Nee, den möchte ich gerne in die Mannschaft, den würde ich gerne aufstellen. Warum kann ich den nicht aufstellen, den guten Mann? Ist es ihm, ist ihm meine Mannschaft zu schlecht, ja, dass er, dass er es gar nicht spielen will? Ich würde ja gerne hier den rausnehmen. Spiele austauschen. Mein Verein durchsuchen. Es wurden keine Objekte gefunden? Was? Achso, dann machen wir mal hier, was ist er denn? Das ZDM, glaube ich, ne? Nee. Kann ich hier nicht auch alle machen? Mittelfeldspieler. Hä? Wo ist er denn? Mein Verein. Ach, der ist Innenverteidiger. Okay, gut. Der ist Innenverteidiger. Dann schmeißen wir den raus. Für den hier. Spieler austauschen. Da ist er doch, John Terry. Wunderbar. so, da haben wir schon mal in der Abwehr was relativ Gutes. Wir haben noch ein 77er ZOM. Ich würde fast sagen, wir nehmen den und tauschen den gegen den da. So. Ja, gut. Dann hätten wir das geschafft. Dann können wir jetzt endlich mal spielen. Ich hoffe, meine Internetverbindung ist schnell genug für dieses Spiel. Das wäre, also, um da auch online zu spielen, das wäre sehr schön. Partie spielen. So, weiter. Suche Gegner. Ich bin gespannt. Ich ist das erste Mal, dass ich jetzt FIFA 15 spiele, also, bitte seid mir nicht böse, wenn ich jetzt verkacke. Aber ich habe FIFA, ich glaube, fast jedes Jahr gespielt. Spiel. weiter. Spielen. Er nimmt noch Änderungen vor, okay. Sechs Minuten. Sechs Minuten habe ich nur eingestellt. Naja, werden ein bisschen kürzere Spieler. Fractal ist der kommende Gegner. Ein paar Deutsche, einige Deutsche dran. Genau den LM, den wir auch haben. Interessant, interessant. Aber durch unser Promo-Set haben wir immerhin schon mal John Terry bekommen. Ich habe den Kommentar mal angelassen, aber sehr leise, wie ihr hört. So, dann schauen wir mal. Die Kamera ist noch nicht richtig eingestellt, aber das wird schon werden. Uhhh. Komm ran da. Ich muss dann vor dem nächsten Spiel mal die Kamera mal ein bisschen umstellen. Vielleicht gewöhne ich mich jetzt aber auch so dran, dass ich das doch nicht mache. Ah, schau. Ah, er hat ihn noch. Spiel ab, Spiel ab, Spiel ab. Oh, nochmal, nochmal. Oh, scheiße. Das war, das war eine Chance. Den Ball haben wir schon wieder. Ah, den hatten wir doch. Wir hatten den Ball doch. Sehr schön. Da oben ist er. Ah, scheiße. muss einer dazwischen gehen, muss einer dazwischen gehen. Nein. Boah. Puh. Okay, Leno, auch der Käpt'n hier. Ah, geht dem Ball doch entgegen. Man bleibt ja entstehen da. So, unser Ball. Ah, nochmal. Ja, schön in den Lauf gespielt. Schön in den Lauf gespielt. Jetzt eine Flanke. Ah, Ecke, 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 Ecke. Ecke Ball. ein bisschen zu weit nach draußen. Aber, aber, aber. Oh. Auf das Tor von Lönig. Lönig, Lönig, wie auch immer er heißt. Ich kenne ihn ja nicht. Ah, komm, komm, den hast du. Schön. Schön geklärt. Ganz fair den Ball gespielt. sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut dazwischen gegangen. Komm, hast du, hast du, sehr gut. Ah, ja, hat er, hat er, hat er, aber das kann ja in der Mitte, das kann ja in der Mitte, aber hier unten ist einer. Ah, wollte ich gerade flanken. Scheiße. Aber ein Wurf für uns. Oh. Los, los, los. Ah, also, oh, uh, ah, der Tor ist aber nicht so sicher. Sanchez. Sanchez ist nicht der sicherste Keeper hier, glaub ich. Komm da, du will, dich will, nein, 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 das könnte Rot geben, das könnte Rot geben, bei letzter Sayur. Boah, hab ich ein Schwein. Boah, hab ich ein Schwein. Das war eigentlich eine Notbremse. Er war der letzte Mann. Alter Schalter. Na? Na? Wie viel Zeit darf er sich hinlassen? Ja, Leno hat den doch sicher. Leno hat den doch sicher. Gleich weiterspielen nach da oben eigentlich. Ja, genau zu dem wollte ich. Schön. Jetzt lauf. Lauf, Kanales. Lauf. Pass. Ah, Ecke. Egal. Mann, äh. Oh, 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 oh. Mann, das wäre ein Rumpeltor gewesen, aber es wäre ein Tor gewesen. Ah, schon wieder Ecke. Sehr gut. Der geht schon näher vor's Tor. Ah, aber zu weit nach hinten raus. Ist da einer? Ist da einer vielleicht? Nee, der geht uns aus. Geht uns aus. Komm, gib den Ball her. Genau. So, jetzt Ferreira. Oh, oh, ey. Könnte man auch fast pfeifen? Komm, den hast du, den hast du. Nein, doch nicht zu dem. Ah, fuck, 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 fuck. Oh, Leno. Leno, gut, dass wir dich haben, ey. Der sieht zwar, du siehst zwar gar nicht aus wie Leno, aber du bist er trotzdem. Leno hat den. Ja, sehr gut. Oh, 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 da ist doch gar keiner. Warum wirfst du denn da hin? Das ist doch gar keiner. Ah, 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 ah. Sehr gut. Komm, 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 wir haben wir. Sehr gut. Mal oben raus. Er will ihn haben. Ja, richtig. So ist es. So ist das im Fußball. Da will man schon mal einen Ball haben. Boah, wie die mich hier umrennen und rempeln, das ist ja Wahnsinn. Oh, 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 dich will ich haben. Nein, dich will ich haben. Haben wir. Ist da auch einer? Das ist sogar einer. Schöner Ball. Aber da ist natürlich keiner mitgelaufen da hinten. Oh, 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 dazwischen. Ja, sehr gut. Terry, John Terry. Da zeigt er, was er kann. Der alte Fuchs. Oh, ah. Oh, Leno, du Tier. Leno, du Tier. Alter, alter, alter. Nein. Ah. Da muss man dem Ball auch mal ein bisschen entgegen gehen, Leute. Damit man da. Oh. Damit man da auch mal rankommt. Weiter Abschlag in die Spitze. Aber da ist leider direkt der Gegner. Sehr schön. Von Terry. Aber dann hat er den Ball verloren. Fünf Minuten Nachspielzeit gibt's. Er ist dazwischen. Ja. Schön lönig. Ja, wir kommen nicht mehr so gut vor das Tor wie noch zu Beginn. Raus damit. Raus damit. Sehr gut. Jetzt hier unten. Komm, da kannst du vorbei. Ja. Los, Müller. Go, Müller. Go, Müller. Jetzt in die Mitte. Ja. Ja. Sauber. Das war mal ein schönes Tor von Löning. Boah. Sauber. Mit dem Halbzeitpfiff hier fast das 1 zu 0. Also fast mit dem Halbzeitpfiff das 1 zu 0. Hier der schöne Ball und dann direkt abgezogen. Keine Chance für den Torwart. Sehr gut. Oh, oh, oh. Ja. Oh, nicht verletzt haben, bitte. Nicht, nicht, nicht verletzen. Verletzen ist scheiße. Halbzeit. Halbzeit und 1 zu 0. Das ist sehr gut. Wie sieht's aus hier mit den... Ja, die halten noch durch, glaube ich. Die halten noch durch. Ja, und das gibt Selbstvertrauen für die Halbzeitpfiff. So. Spiel fortsetzen, bitte. Gut die Kurve gekriegt. Jetzt muss dem einen den Ball abnehmen da. Dankeschön. Jetzt schneller Gegenzug. Ah, da ist er dazwischen. Aber da haben wir den Ball. Haben wir den Ball. Weiter nach vorne. Sehr schön. Na. Sehr schön. Jetzt hier den Ball. Lauf, 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 lauf. Ah. Ja, danke für den Ball. Äh, wer ist denn da? Wer steht denn da, dass du da den Ball hinspielst? Willst du mich eigentlich verarschen? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sehr gut. Na, du musst zum Ball gehen. Du darfst nicht auf den Ball warten. Mann. Terry. John Terry. Mit dem schönen Ball. Wenn er den Ball da... Ah, schade. Habt er fast den Ball behaupten können. Den haben wir. Zum Torwart. Torwart, komm. Ja. Sehr gut. Und raus damit. Schneller Gegenzug. Ah. Den haben wir. Ah, direkt in die Füße des Gegenspielers. So darf ein Pass natürlich nicht im Aufbauspiel passieren. Komm, Kerbart. Ah, da hab ich zu lange auf die Mitspieler geguckt. Und nicht gesehen, dass mir da einer entgegenkam. Terry. Terry macht das ganz locker. Kriegt den Ball aber nicht vernünftig ins Aufbauspiel. Zum Torwart. Und raus damit. Sehr gut. Oh, der ist sogar noch im Spiel. Ich dachte, der wäre draußen. Ja, dann hätte ich das ein bisschen besser machen können. Sehr schön. Sehr schön. John Terry mal wieder. Go, go, go. Jetzt müsste er nach innen ziehen. Jetzt müsste er abziehen. Oh. Und da steht keiner. Schade. Den haben wir. Ah, den hat er. Schade. Nein, 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 nein. Torwart, 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 Torwart. Nein, 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 nein. Oh. Alter. Alter, was ein Glück, ey. Was ein Glück. ruhiger Spielaufbau über Terry oh, fast mit dem Fehlpass, aber ein bisschen Tiki-Taka hier schöner Pass schöner Pass, das muss doch sein nein da zieht der vorbei, scheiße fuck, 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 fuck ich glaube übrigens, die Spiellänge reicht dicke aus, 6 Minuten okay, wir haben jetzt vorher viel im Menü rumgegammelt sonst werde ich nämlich pro Folge ein Spiel machen am Lauflauf ah, ein bisschen schnell genug leider nicht schnell genug, da brauchen wir jetzt so einen Reus oder Aubameyang oder so oder einen Bellarabi, den ich auch sehr, sehr gerne in meinem Team hätte ich möchte ja so ein kleines so ein Leverkusener Dream Team machen schön wo ist der Ball? Ach da habe ich den Ball gar nicht gesehen ja, ja, der ist gut der ist gut, der ist gut müssen wir ein bisschen Ruhe hier ein bisschen Ruhe reinbringen schöner Ball na, nicht so schöner Ball da muss er von oben kommen da muss er von oben kommen da muss er doch von draußen kommen da muss er doch nein nein fuck da war die Abwehr offen alter Schalter da waren wir hinten offen und haben den voll reingekriegt Shane Long hat auch schon mal gehört den Namen oh jetzt werden sie aber leicht leicht fertig hier sehr schön sehr schön abgegrätscht John Terry ah fuck da sind wir doch da sind wir doch da sind wir doch da sind wir doch raus mit dem Ball sehr schön ah fuck hat er uns wieder den Ball abgenommen schön gespielt aber wir haben ihn oh nein wir haben ihn direkt schon wieder verloren das ist schlecht das ist schlecht so sehr gut komm Löning nein komm 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 rande ah fuck fuck das hätte es sein müssen oh ups Entschuldigung nichts passiert kam wir sehr gut ach war Abseits ja ich glaube der kam ja er kam aus dem Abseits ob wir hier noch den Sieg nach Hause fahren können ne so nicht so nicht so nicht liebe Leute öh was war das denn was war das denn der legt ja den Ball sich da zwei Meter selber vor die Füße wo kein anderer ist alter ey doch wo da war 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 woher jetzt haben wir noch ein bisschen Glück hier am Ende Was heißt ein bisschen? Wir haben viel Glück am Ende. Team, nach vorne peitschen. Los, geht nach vorne hier. Wir wollen noch den Siegtreffer. Oh, jetzt sind die aber auch hier mit vielen Leuten hinten. Ich glaube, der spielt gerade ein bisschen defensiver. Nein! Ah, den habe ich schon drin gesehen. Den habe ich schon drin gesehen von Canales. Fuck. Scheiße. Oh, 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 dass er den nicht gekriegt hat. Das könnte gefährlich werden. Das könnte gefährlich werden, wenn wir jetzt nicht hier an den Balkon zugriff. Nein, 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 doch nicht zu dem. Doch nicht zu dem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, doch nicht zu dem. Doch nicht zu dem. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Fuck you. Fuck you. Was machen die denn da für einen Scheiß da hinten, ey? Spielen denen den Ball in die Füße? Darf er nicht wahr sein, ey? Fuck you, Mann. Fuck you. Scheiße. Ja, komm, weiter hier. Ich will nicht pausieren. Ich will diese Sequenz hier überspringen. Dass er den da direkt in die Beine spielt. Und dann hat natürlich Leno keine Chance. Schon wieder Shane Long. Fuck. Und da ist es vorbei. Da haben wir es echt noch verloren. Boah. Haben wir echt noch 2 zu 1 verloren. Das darf nicht wahr sein, ey. Fuck. Scheiße. Das war echt, das war echt dumm von mir. Das ärgert mich gerade. Das war echt sehr, sehr dumm von mir. Scheiße. Wir haben mal mit so einem schönen Tor sind wir in Führung gegangen und dann noch 2 zu 1 verloren. Hier sehen wir mal die gelbe Karte. Die wollen wir aber nicht sehen. Ah. Bernd Leno. Ne. Es Zorn, das war der beste Spieler. Ja. Löning ein Tor. Keine Eigentore. Müller mit der Torvorlage. Ja, ja. Okay. Weiter. Oh, wir kriegen sogar 613 Münzen dafür. Sehr gut. Aha. Ah, hier sieht man, wofür man Münzen bekommt. Also wie sich die zusammensetzen. 40 Münzen fürs Tor. Minus 5 für das Foul. Passgenauigkeit. Ballbesitz. Erfolgreich Grätschen. Eckenschüsse aufs Tor. Eigentore gibt dann direkt wieder die 40 abgezogen. Abseits Münzenboost. Und Belohnung für Abschluss. Okay. Gut. Schade. Da haben wir Steven Saunders. Da haben wir leider verloren. Wir haben noch 9 Spiele. Wir brauchen 9 Punkte, um aufzusteigen. Und, äh, hoffentlich schaffen wir das. In der nächsten Folge werde ich mal schauen, dass ich das hier eingesteckt kriege, dass wir auch, äh, Packs kaufen können. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir macht's verdammt viel Spaß, was man, glaube ich, an meinen, äh, an meinen Kommentierstil, Kommentarstil merken kann. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude. Freunde, bis zum nächsten Mal bei FIFA 15 Ultimate Team. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal.